Hallo und herzlich willkommen zum Präsentationsvideo des Gemeinschaftsprojekts Dorfgemeinschaftshaus mit integriertem Sportheim des FC Erzberg Wörnitz. Hier sehen Sie die Ansicht auf das bestehende Gelände mit dem alten Sportheim am Hang und dem B-Platz. An der Eckfahne des bisherigen Trainingsplatzes entsteht der Neubau. Durch die Abtragung des Hanges um ca. 10 Meter erhalten wir einen neuen A-Platz mit den Maßen von 96 auf 65 Meter. Zur besseren Orientierung sehen Sie hier den Neubau mit der von oben Wörnitz kommenden, runter ins Dorf führenden Straße. Der bestehende Weg zum alten Sportheim bleibt erhalten. Das Dorfgemeinschaftshaus verfügt über einen unterkellerten Bereich, der als Heizungs- und Geräteraum dient. Nach einer Drehung um das komplette Gebäude gelangen wir zum Haupteingang. Durch die Tür kommen liegt links der Gastraum, gerade aus dem Flur folgend der neue A-Platz und rechterhand die Sanitäranlagen sowie die Umkleidekabinen. Durch den direkten Zugang vom Platz zu den Kabinen bleibt der restliche Flurbereich sauber. Angrenzend an die große Heimkabine befindet sich das Herren-WC, die Großraumtoilette inklusive Wickeltisch sowie das für Veranstaltungen vorgeschriebene Personal-WC. Drei Damentoiletten und die Schiri-Kabine vervollständigen den Sanitärbereich. Die großzügige Küche bietet genug Zubereitungsflächen und Kochmöglichkeiten. Das Verkaufsfenster nach außen zum Sportplatz versorgt die Zuschauer mit Speis und Trank. Lagerräume für Essen und Getränke sind direkt durch die Küche und den Flur zu erreichen. Aus der Küche kommt man am Tresen vorbei in den Gastraum, der genug Platz für ein gemütliches Beisammensein bietet. Die überdachte Terrasse mit Sportplatzblick ist über eine Außentür mit dem Gastraum verbunden. Vom Dorfgemeinschaftsraum gelangt man zum Herzstück des Gemeinschaftsprojektes. Der über 150 Quadratmeter große Saal wird durch bodentiefe Fenster und zwei Flügeltüren zum Außenbereich mit Tageslicht durchflutet. Festlichkeiten, Feiern und Versammlungen werden im Saal stattfinden. Die mobile Trennwand vergrößert den Saal auf eine Gesamtlänge von über 25 Meter und sorgt für eine neue Grundfläche von 220 Quadratmeter. Der bis zur Decke offene Saal ist ein besonderes Highlight. Über den restlichen Räumen befindet sich der erste Stock, den man über die Aufgangstreppe neben dem Haupteingang erreicht. Dieser bietet den Vereinen und der Dorfgemeinschaft Platz für ein gemeinsames Büro und Archiv sowie zusätzlichen Stauraum. Über die Außentreppe gelangt man zur Terrasse, die durch eine Spendentafel geschmückt wird. Der bestehende Spielplatz rückt im Zuge des Gemeinschaftsprojekts näher an das Dorf heran. Der großzügige Außenbereich mit direkten Zugang ins Sportheim verspricht sonnige Stunden in gemütlicher Atmosphäre. Wir geben alles dafür, dass mit diesem Gemeinschaftsprojekt die Gemeinde weiter mit Leben gefüllt wird. Gemeinsam erreichen wir das.